Trade Republic hat zuletzt ein Feature rausgebracht, mit dem wohl keiner von uns gerechnet hätte. Es ist nun nämlich möglich, mit seinem nicht investierten Betrag, das heißt mit dem Geld, was nicht aktiv in Investments wie beispielsweise Aktien oder ETFs gesteckt wurde, Zinsen zu verdienen. Und nicht nur etwas, sondern ganze 2%. Wie das Ganze funktioniert und wie du selber auch mit deinem Trade Republic Konto auf deinem Verrechnungskonto 2% Zinsen verdienen kannst pro Jahr, das erkläre ich dir in diesem Video. Also wie gesagt, du kannst 2% Zinsen auf Trade Republic verdienen mit dem Geld, was nicht investiert ist und auf deinem Verrechnungskonto bei Trade Republic liegt. Dieses Feature kannst du ganz einfach freischalten, wenn du schon ein Trade Republic Konto hast. Dann musst du einfach nur auf den Button klicken, Zinsrate aktivieren und damit wird automatisch aktiviert, dass auf deinem Verrechnungskonto Zinsen berechnet werden, beziehungsweise dir Zinsen gutgeschrieben werden. Die Zinsrate wird außerdem monatlich gutgeschrieben zum ersten Bankarbeitstag. Das heißt, du bekommst hier sogar einen monatlichen Cashflow und nicht erst am Ende des Jahres eine Auszahlung. Wichtig hier, bedenke die 2% beziehen sich aufs ganze Jahr, das heißt du bekommst dann anteilsmäßige Zinsen ausgezahlt. Solltest du außerdem noch kein Trade Republic Konto haben und dich jetzt bei Trade Republic anmelden, dann werden dir automatisch diese 2% gutgeschrieben, weil du automatisch die neuesten Kundenvereinbarungen akzeptierst. Und falls du dich dafür interessierst, jetzt ein Trade Republic Konto zu eröffnen, weil du denkst, vielleicht ist das ein ziemlich gutes Angebot fürs nicht investierte Geld, anstatt wie auf den meisten Banken fast nichts oder gar nichts zu bekommen, die 2% noch mitzunehmen. Dann kannst du gerne in meine Videobeschreibung auf den Link klicken und dich dort bei Trade Republic anmelden und dein Konto eröffnen und auch selber Zinsen bekommen. Du kannst diese 2% Zinsen außerdem auf einen Betrag von bis zu 50.000 Euro bekommen und jederzeit Ein- und Auszahlungen tätigen. Das heißt, dein Geld wird da nicht festgesetzt, du bist sehr flexibel, du kannst jederzeit Geld abheben oder wieder einzahlen. Auch über den steuerlichen Aspekt musst du dir hier keine Gedanken machen, denn Trade Republic führt auch hier die Kapitalertragssteuer als Quellsteuer sofort ab. Also brauchst du dir, um deine Steuerabgaben der Zinserträge auf Trade Republic keine Sorgen zu machen. Du kannst außerdem einen Freistellungsauftrag einrichten, dann bezahlst du auf die ersten 1.000 Euro Zinsen gar keine Steuer. Nachdem die Zinsen gutgeschrieben wurden, findest du außerdem eine Abrechnung in deiner Timeline, das heißt dort, wo du auch automatisch immer deine Aktivitäten siehst, beispielsweise Dividendeneinzahlung oder auch Aktienkäufe oder Verkäufe. Der Zinssatz von 2% wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten nicht ändern. Es kann allerdings sein, dass in den nächsten Jahren so gravierende makroökonomische Faktoren irgendwie die Zinsen beeinflussen. Das heißt, die EZB entscheidet sich für andere Leitzinsen oder gravierende andere Dinge passieren in der Marktwirtschaft, dass sich dieser Zinssatz dann anpasst. Aber falls das passiert, dann wirst du garantiert darüber benachrichtigt. Bedenke allerdings immer, dass dieser Zinssatz ein Nominalzinssatz ist. Das heißt, das ist der Zins, der quasi auf dem Papier steht, den du von Trade Republic bekommst. Das sind die 2%. Beträgt die Inflationsrate allerdings 8% beispielsweise, machst du trotzdem jährlich noch minus 6% Verlust. Das heißt, investieren lohnt sich trotzdem immer noch, gerade in ETFs langfristig zu investieren lohnt sich immer noch. Die 2% sind aber sehr, sehr gut dafür, dass du beispielsweise dort Geld parken kannst, was du noch nicht direkt investieren möchtest und erstmal in Ruhe halten möchtest, um es jederzeit ein- oder auszahlen zu können.